Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer, wenn wir Resonanzen bekommen. Und er schreibt uns eine Frau. Ich bin begeistert, dass ihr diese Sendung macht. Meine Tochter ist Krankenschwester auf einer speziellen Covid-19-Station. Ich habe ihr gleich am ersten Tag die Sendung für die Pausenzeit geschickt. Das gibt dir bestimmt Kraft. Vielen Dank für euren Dienst. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade bei jeder Person bist, die Dienst hat auf so einer Station. Und ich danke dir, dass du jedem neue Kraft schenkst, dass du jedem Mut und Zuversicht gibst, dass du da bist und dass du unsere Hilfe und unsere Kraft bist. Und ich danke dir, dass du jedem den Mut und die Kraft schenkst, die er jetzt gerade braucht. Danke, Jesus. Und es ist so wunderbar, diese Menschen, die sich einsetzen für andere und die da treu ihren Dienst tun. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Heute habe ich ein ganz spezielles Wort aus der Bibel und da steht etwas, was wichtiger ist denn alles andere. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Du hast dir vielleicht Gedanken gemacht, was sagt er jetzt? Was ist wichtiger denn alles andere? Da können wir viel aufzählen, aber ich möchte das vorlesen. Es steht in Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Jetzt wird es spannend. Da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Dieses Wort hat bei mir so eingeschlagen, als ich das gelesen habe. Bestimmt schon vielmal, aber als ich das letzte Mal das gelesen habe. Und das ist, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Was für Gedanken haben wir? Gedanken des Untergangs? Gedanken der Sorgen? Gedanken der Verzweiflung? Und so weiter. Wir wissen, dass unsere Gedanken manchmal mit uns durchgehen. Wir denken Dinge durch, die in die Katastrophen hineingehen. Und das ist wichtig. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwie was anfange zu denken, das ins Negative hineingeht, dann gebiete ich diesen Gedanken. Ich werfe sie raus aus meinen Gedanken. Ich sage, ich werfe diese Gedanken über Bord. Und das bringt so eine Befreiung wieder, weil wir sollen Gedanken der Lösung Gottes denken. Und nicht zu irgendwo was, was super heiliges oder religiöses. Nein, wirklich. Wir sollen das denken, was in der Bibel für uns vorgesehen ist. Die Lösungen, die in der Bibel für uns vorgesehen sind. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jedem wirklich die Gedanken schenkst und auch aufmerksam machst, wenn es in eine andere Richtung denkt, die Richtung Untergang ist, die Richtung Sorgen und Not ist. Ich danke dir dafür. Herr, danke. Lass uns wirklich bewusst aufmerksam sein, was wir denken. Amen. Ja, und das ist wahr. Wir unterschätzen das, was unsere Gedanken mit uns machen. Ich möchte heute für alle Menschen beten, die Prüfungen haben, die vor Prüfungen stehen oder gerade mittendrin sind vielleicht. Und da schreibt uns jemand, ich habe am 11. und am 12.05. die Abschlussprüfung meines Studiums vor mir. Der eingeteilte Prüfer ist für seine Ungerechtigkeiten und teils auch Gemeinheiten bekannt. Ich bete dafür, dass er fair und ausgeglichen prüft. Bitte betet mit. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du genau jetzt mit dieser Person bist und dass du ihr jede Angst auf diese Prüfung nimmst. Und ich danke dir, dass du auch da mittendrin bist und auch dieser Prüfer in deiner Hand ist. Und Jesus, wir befehlen ihn dir an. Und ich danke dir, dass du ihm Zufriedenheit schenkst, dass du ihm Frieden schenkst, dass du mit ihm bist, dass er fair ist und dass er wirklich gute Gedanken hat in dieser Prüfung und auch gute Gedanken über die Prüflinge. Danke, Jesus, dass du jede Aggressivität da herausnimmst. Und ich danke dir, dass du mit dieser Person bist und ihr Weisheit gibst. Richtig überdimensionale Weisheit. Und aber auch all den anderen Menschen, die vor Prüfungen stehen oder mittendrin sind. Ich danke dir für Stärkung. Ich danke dir für Weisheit und Offenbarung und für deinen Frieden, für Ruhe. Und wir binden jede Angst im Namen Jesu, dass sie kein Anrecht hat. Danke, Jesus, dass du der Herr bist bei jedem, der Prüfungen hat. Amen. Amen. Ja, jetzt ist mir der Text abhandengekommen. Wir haben natürlich auch wieder Zeugnisse, aber ihr könnt uns auch eure Anliegen schreiben oder anrufen. Die Infos sind jetzt eingeblendet. Und ein Gebetsanliegen kam per E-Mail für uns. Ihr Lieben, habe eure Sendung Hoffnung um zwölf gesehen. Ich bitte auch um eure Gebetsunterstützung. Meine 85-jährige Mutter ist am Samstag gestürzt und hat den Oberschenkelhals gebrochen. Sie musste operiert werden und darf sechs Wochen nicht auftreten. Nach dem Krankenhausaufenthalt muss sie in eine Pflegeeinrichtung und danach drei Wochen in eine Reha zur Mobilisation. Ich darf sie wegen der Corona-Situation nicht besuchen. Das ist für uns alle schrecklich und sehr belastend. Sie weint jeden Tag am Telefon und wir dürfen nicht zu ihr. Bitte betet für sie. Danke. Oh ja, Herr, ich danke dir für diese Mutter, die jetzt Schmerzen hat, physikalische Schmerzen, aber auch Schmerzen, dass sie ihre Lieben nicht sehen kann und dass sie keine Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Ich danke dir, Herr, dass du mit einer großen Liebe und Nähe von dir in diese ganze Familie hineinkommst. Herr, ich danke dir dafür und danke, Herr, dass du auch dieser Mutter beistellst, dass diese Heilung schnell vonstatten geht und dass sie wirklich auch einen Frieden, einen innerlichen Frieden hat und keine Trauer, sondern eine Freude, bis sie wieder ihre Lieben begrüßen kann. Ganz nahe. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, komme gerade in diese Situation und auch in alle, die jetzt irgendwo in Heimen oder Krankenhäusern sind, die ihre Liebe nicht sehen können. Danke, Herr, sei du ihnen ganz, ganz nahe. Amen. Amen. Und zwei weitere Gebetsanliegen kamen auf WhatsApp. Liebes Missionswerk-Team, bitte beten Sie mit uns für unsere Tochter. Sie ist magersüchtig und in einer Spezialklinik. Vielen, vielen Dank. Und eine andere Person schreibt, ich bin todkrank, bitte betet für mich. Oh ja, danke, Herr, für diese junge Frau mit Magersucht. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass ihr ganzes Empfinden und ihr ganzes, Herr, das ganze System, wo Nahrung ablehnt und das ganze Denken und das ganze Drumherum, Herr, rufen wir deine göttliche Ordnung hinein. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass da Normalität auch hineinkommt in wunderbarer Weise. Und ich danke dir auch für das andere Gebetsanliegen, Herr, dass du die Lösung da drin bist. Danke, Herr, dass du, Herr, nicht todkrank, sondern, Herr, du hast das Leben gegeben und wir rufen Leben hinein. Und, Herr, danke, Herr, jeder Tod hat zu fliehen in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Amen. 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 Und Gott hat wirklich Hilfe für jeden Einzelnen, der zu ihm kommt. Und das bezeugen auch die Menschen. Liebes Missionswerk, hier ein Bericht zur Heilung meiner Mutter. Meine Mutter, 77, war letztes Jahr an Hirnhaut und Gehirnentzündung erkrankt und lag auf der Intensivstation. Sie war nicht mehr ansprechbar und hat uns auch nicht mehr erkannt. Ich habe euch sofort um Gebetsunterstützung gefragt. Zwei Tage danach kam die große Wende. Sie erholte sich schnell, Tag für Tag. In der anschließenden Reha wurde sie vorzeitig nach Hause geschickt, da sie gesund war. Alle neurologischen Probleme waren vorbei. Der Arzt meinte, sie haben Glück, dass sie noch leben. Danke, Jesus. Das ist wirklich ein Dank wert, wenn Jesus Wunder tut. Und das ist wirklich ein Wunder, aus so einer schweren Krankheit so schnell zu genesen. Ein weiteres Zeugnis. Danke, ihr lieben Beter. Meine Freundin hat heute die Ergebnisse ihrer Untersuchung bekommen. Ihre Tumore sind durch die Behandlung wundervoll geschrumpft. Anfang Januar hieß es, sie hätte nur noch ein paar Tage zu leben. Liebe Grüße und Gottes Segen. Das sind wunderbare Zeugnisse. Ja, hast du auch ein Zeugnis? Lass es uns wissen. Wir freuen uns. Heute möchte ich den Tipp des Tages wieder an die Ermutigung hängen und zwar auch wieder sagen, nimm dir etwa fünf Minuten mal darüber nachzudenken, ob deine Gedanken synchron sind mit deinen Wünschen. Es ist oftmals so, dass wir uns wünschen und dass wir Dinge wünschen und dass wir in der Bibel wissen, Gott kann das tun. Aber unsere Gedanken denken, es geht nicht, kann nichts sein. Selbst Gott kann das nicht machen und so weiter. Also ist nicht synchron. Und schau mal, dass das wirklich synchron wird, dass du das auch denkst, was in der Bibel möglich ist. Und da sind so viele Dinge. Und ich sage dir, das ist der Schlüssel, dass du es erlebst. Sende auch weiter deine Anliegen an uns und das Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Heute möchte ich dir den Gebetsleitfaden empfehlen. Und es sind wunderbare Dinge drin. Ist auch schön grafisch gemacht. Gebete, Gebetsanregungen. Es sind wunderbare Dinge drin. Gerne senden wir dir diesen kostenlos zu. Schick uns einfach eine Mail oder lass es uns wissen. Deine Adresse. Dann ist es für dich unterwegs. Nenn uns auch gerne dein Feedback zu der Sendung. Da sind wir sehr, sehr interessiert. Und wenn du irgendwie was Tolles erlebt hast, lass es uns wissen. Wir wünschen dir noch einen wunderbaren Tag. Und denke daran, das Himmelstelefon ist immer geöffnet. Gottes Segen. Alles Gute. oops Vielen Dank.